Musik Schuperschen unterwegs meldet sich heute aus Trier, Deutschlands ältester Stadt, wo sich auch eine der ältesten Gerbereien Deutschlands befindet, die Firma Rendelnbach, hinter mir zu sehen im Bild. Gegründet 1871 von Johann Rennenbach Junior, heute immer noch ein Familienunternehmen, geführt in der vierten Generation von Hans Rennenbach, der uns heute hier eingeladen hat und wo wir uns heute einmal die Gerberei zeigen lassen. Herr Rennenbach, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Herr Börner, herzlich willkommen. Ich freue mich riesig, dass Sie da sind. Hinter mir sehen wir die alten Gebäude der Lederfabrik Rennenbach, gegründet 1871 von meinem Urgroßvater. Die Gebäude stehen teilweise immer noch so, wie er sie gebaut hat, sind allerdings am Ende des Zweiten Weltkriegs einmal zerstört worden. Mein Vater hat aber dann danach mit den Trümmersteinen wieder diese Gebäude aufgebaut. Wir blicken hier vorwiegend auf das Lederlager, die Trockenspeicher, die Wasserwerkstatt und das Heute-Lager. Dahinter befindet sich dann die eigentliche Gerberei und auf der anderen Straßenseite heute die Stanzerei und die Konfektionierung. Wir freuen uns, dass Sie hier sind und werden jetzt einmal entsprechend des Gangs der Rohware die Fabrik besuchen. Auf geht's! Im Heute-Lager beginnt in jeder Gerberei die Arbeit für die Techniker. Und hier ist es ganz, ganz wichtig, zunächst einmal zu wissen, welche Rohware muss man überhaupt einkaufen, um ein entsprechendes Produkt gerben zu können. Das heißt, wenn man von der Qualität rennenbar spricht, dann hat das in erster Linie zwei Ursachen, warum man so ein Produkt erzeugen kann. Punkt Nummer eins ist, ich brauche die entsprechende Basis dafür zum Gerben, das ist die Haut. Und ich brauche ein entsprechendes Gerbverfahren, um diese Haut dann so zu veredeln, dass die Qualität, die wir wünschen, dabei rauskommt. Der Herr Welker hat jetzt die Aufgabe mittels der Maschine, das Unterhautbindegewebe, das ist diese appetitliche Substanz, die Sie hier sehen, die also die Haut mit dem Körper des Tieres verbindet, dieses Unterhautbindegewebe hier, diese Substanz muss runter. Und dafür hat diese Maschine einen Messerzylinder, der 2000 Umdrehungen pro Minute macht und das wegrasiert. Die Schwierigkeit ist, und deswegen brauchen die Mitarbeiter sehr viel Erfahrung und auch Geduld, die Schwierigkeit ist, wenn er zu wenig wegnimmt, haben wir zu viel Fleisch auf der Haut, nimmt er zu viel weg, macht er die Haut kaputt. Deswegen kann er die Maschine verschieden einstellen in ihrer Intensität und die Erfahrung, die er hat, führt dazu, dass er genau weiß, wie er sie einzustellen hat und wie er damit zu arbeiten hat. Das schauen wir uns jetzt mal an. Okay. Wir haben also jetzt hier die sogenannte Streichmaschine im Hintergrund. Das ist eine Maschine, die bereits seit vielen, vielen Jahren nicht mehr gebaut wird und die wir noch zweimal hier auf Reserve haben. Und zwar machen wir das deswegen, weil wir ganz bewusst von einer chemischen Bearbeitung der Haut an dieser Stelle absehen. Das heißt, jede einzelne Blöße, so nennt man das, jede einzelne Haut an dieser Stelle wird auf diese Streichmaschine gegeben, um den Narben zu säubern. Und man nennt das Streichen, weil hier stumpfe Messer in einem Zylinder den Narben im Prinzip regelrecht reinigen, rauspressen, alles was drin ist. Und das sind Stoffe wie Haarwurzeln, Farbpigmente, einfach Reste, die sich auf dem ehemaligen Haarbett eben gefestigt haben. Und wir machen das deswegen, damit die Gerbstoffmoleküle später gleichmäßiger und auch optisch schöner eindringen können. Hinter mir stehen die vier wichtigsten Gerbstoffe, mit denen wir hier in Trier arbeiten. Und es handelt sich hierbei um Baumrinden und Baumfrüchte, die nach wie vor bei uns in höchster Dosis eingesetzt werden, um die Bodenleder herzustellen. Man muss vielleicht historisch eins dabei berücksichtigen. Als die Bodenledergerber im 19. Jahrhundert, zu Beginn des 19. Jahrhunderts begannen, Leder zu gerben, haben eigentlich alle nach diesem Verfahren gearbeitet. Und ganz wichtig ist, dass man damals die Gerbereien dort angesiedelt hat, wo aus den Wäldern man die Naturstoffe zum Gerben gefunden hat. Also da, wo vor allen Dingen viele Eichenwälder waren. Daher ja auch damals der Name Eichenloh-Grubengerbe. Und so hat auch 1871 mein Urgroßvater hier in Trier an dieser Stelle begonnen, mit seiner Altgrubengerbung, wie man das damals formuliert hat. Und es war eben wichtig, dass die Loh-Hecken in der Nähe waren. Wir sind jetzt in der eigentlichen Gerberei. Und die eigentliche Gerberei heißt bei uns, wie soll es anders sein, Grubenhof. Weil die ganze Halle nichts anders ist, als eine Grube neben der anderen. Und diese ganzen Gruben sind alle noch von meinem Urgroßvater von 1871. Wir haben einige hinten noch dran gebaut, aber der eigentliche Hof hier ist von 1871. Und so wie die Iren den Whisky machen, so machen wir hier das Leder, nämlich in Holz mit langer Zeit und viel Ruhe. Das heißt, wir beginnen im sogenannten Farbengang, gehen vom Farbengang dann ins Versenk, vom Versenk in den Versatz, haben also drei klassische Gerbstufen und müssen diese zeitgemäß exakt durchlaufen, um dann ein entsprechendes Leder zu bekommen. Aber bevor wir uns jetzt die einzelnen Abteilungen und einzelnen Schritte im Genauen nochmal ansehen, möchte ich nochmal hier sagen, dass der Kern der Arbeit darin liegt, im Farbengang die Leder auf die eigentliche Gerbung vorzubereiten, indem sie ganz langsam angegerbt werden, kommen dann ins Versenk zum Durchgerben und kommen dann aus dem Versenk in den sogenannten Versatz, der das wichtigste und klassischste und typischste Teilgerbung insgesamt darstellt. Das heißt, der Versatz hat die Aufgabe, die Gerbstoffe zu fixieren, das heißt, eine unmittelbare Festigung in der Haut zu erreichen, Farbengang also eindringen, öffnen, ermöglichen, dass die Gerbstoffmoleküle schön sauber durchdringen können, dann das Versenk, Durchgerbung und Versatz, die Fixierung, die Bindung und die Ausgerbung. So, und was Sie hier sehen, sind zum Beispiel Coupons, die aus dem Versatz herausgenommen worden sind, das heißt, wir befinden uns jetzt schon am Ende der Gerbung, aber das zeige ich Ihnen deswegen, um auf die sogenannte Lohe hinzuweisen, die Sie hier sehen, die Lohe, die im Prinzip an den Ledern noch klebt. Und diese Lohe wird abgeschlagen und fällt dann hier zu Boden und hinein in V2A-Behälter, große Behälter, wie Sie sie hier sehen können. Und diese Lohe wird Landschaftsgärtnereien angeboten und die kompostieren das zu Humus. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt, nach einem Jahr sieht die Lohe ungefähr so aus. Das heißt, wir haben hier schwarze Erde, die sehr, sehr wertvoll ist, sehr reich, voller Energie. Wir sehen also jetzt den sogenannten Versatz. Die Mitarbeiter gehen mit der Leiter in die Groben. Die Groben sind ca. 3-4 Meter tief, sind komplett aus Eichenholz von 1871 von meinem Urgroßvater und legen jetzt die Groupons und Hälte in die Grube, immer abwechselnd eine Schicht Hautmaterial, dann wieder eine Schicht Lohe, dann wieder Hautmaterial, immer abwechselnd und arbeiten sich von unten nach oben diese 3-4 Meter hoch. Und wenn sie oben angekommen sind, dann wird von oben nach unten Wasser gegeben. Das Wasser extrahiert aus der Lohe die Gerbstoffe und diese Extraktion führt dazu, dass die Gerbrühe dann mit den Gerbstoffmolekülen in die Eiweißsubstanz der Haut diffundiert und somit eine unverderbliche Netzstruktur, nämlich das Leder, erzeugt. Und das braucht sehr, sehr lange Zeit und das kann hier in einer solchen Grube insgesamt bis zu neun, zehn Monaten dauern. Wenn die Leder jetzt fertig gegerbt sind und der Betriebsleiter am Computer sieht, welche Nummer reif ist und welche Leder benötigt werden, dann ordnet er an, dass die und die Gruben gezogen werden und das funktioniert in dieser Form, dass mechanisch mit einer Krananlage die Grube mit drei Säcken im Prinzip entarbeitet wird. Das heißt, wir arbeiten drei dieser Netze pro Grube ein und arbeiten diese dann mit einem Kran wieder aus. Früher wurde das alles noch mit der Hand gemacht, aber heute können wir das deutlich vereinfachen, sowohl kräftemäßig als auch zeitmäßig durch diese Spezialnetze. Wir befinden uns jetzt hier auf dem sogenannten Trockenspeicher. Wir haben zwei davon und wenn beide Trockenspeicher am Ende der Woche vollhängen, dann ist eine Wochenproduktion durch. Der Trockenspeicher hat nun die Aufgabe, die produzierten Leder nach der Zurichtung eben zunächst einmal einzuölen, das heißt die Mitarbeiter mit der Hand, Lappen und Schwamm drücken dieses pflanzliche Lederöl, Lederfett in die Faserstruktur der Haut hinein und das führt dazu, dass die sogenannte Narbenelastizität steigt und dass die Biegsamkeit der Leder mehr ermöglicht wird. Gleichzeitig werden restliche, noch nicht ganz fixierte Gerbstoffe gebunden. Wenn die Leder nun getrocknet sind und angefeuchtet worden sind als Vorstufe zum Walzen, werden sie gewalzen, was wir uns jetzt anschauen. Wir haben vor ca. 15 Jahren die Notwendigkeit empfunden, die Stanzerei massiv auszubauen. Bisher haben wir uns auf unserem eigenen Gelände bewegt mit zwei, drei Mitarbeitern. Mal an einem Nachmittag haben wir Halbsohlen gestanzt für die Schuhreparatur. Heute stanzen wir Langsohlen für die Schuhmanufaktur und Dreiviertelsohlen für den Reparaturmarkt. Als auch Halbsohlen nach wie vor für die Schuhreparatur, aber auch Kappenmaterialien, Brandsohlen, Absatzflecke, alle möglichen diversen Lederteile. Wir haben hier eine solche Sohle, die dank dieser Technik hier geprägt und sortiert worden ist. Wir sind in der Lage, verschiedene Stempel an dieser Sohle anzubringen. So ganz wichtig für uns erstmal das Markenzeichen Rentenbach, aber vor allem dann auch der typische Brand oder das typische Zeichen des Kunden. Manchmal auch Dreifachprägungen, dann auch noch mit Schuhgröße verbunden. Hier bei dieser Sohle handelt es sich natürlich um eine Damensohle, die für einen Pömmschuh entwickelt worden ist. Sohle handelt es sich um eine Damensohle, die für einen Pömmschuh mit Schuhreparatur und Schuhreparatur und Schuhreparatur. Sohle handelt es sich um eine Damensohle, die für einen Pömmschuhreparatur und Schuhreparatur und Schuhreparatur und Schuhreparatur und Schuhreparatur.